Hallo! 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 Dankeschön. Aha. Für Singles. Wer sind Sie? Der Saxophon-Kurs. Ja, der beginnt doch erstens zwei Minuten. Wie wollen Sie sich umbringen, Herr Schweinheimer? Erschießen, erhängen, vergiften, vom Turm springen, Kohlenmonoxid oder ganz was anderes? Ich will mich überhaupt nicht umbringen. Herr Kiesel! Bleiben Sie stehen! Es reicht! Michael, Schluss jetzt! Ich will verdienen! Wie ein Supernova! Sie trinken aber wirklich sehr viel. Alkohol hat mir das Leben gerettet. Wie bitte? Ohne Alkohol wäre ich schon längst tot. Also doch schwul. Nein! Das sind meine Freunde. Ah, Freunde. Unser Kurs ist YouTube Hit of the Day. Vielleicht ist das Internet kaputt. Ah! Oh! Kleiner Scherz. Humor braucht ein Mensch. Mhm. Und dann dauern die Obermusik Athl Condemisch. Mmh, yes, mh! Das ist vermutlich nicht left! ich wurde damals zum Countdown an den Tag auf dem